Hallo und herzlich willkommen wieder zur Anwaltskanzlei Andreas Mauritz, Rechtsanwälte. Heute mit unserem Corona-Update Nummer 3, also Frage und Antwort Nummer 3. Eigentlich muss ich jetzt sagen, sollte das ja schon am Ostermontag gemacht werden, aber mein Regisseur und Kameramann war beim Ostermarkt in Heiningen bewegungsunfähig, weil man nämlich seine Straße, ohne dass er es gewusst hat, zugemacht hat. Der kam nicht raus und ich selber bin zu blöd, so eine Kamera und so weiter, das alles aufzustellen, deswegen mit einem Tag Verspätung, aber nichtsdestotrotz, wir wollen wieder Fragen beantworten, ernst gemeinde Fragen. Vorneweg einfach nochmal ein Hinweis, wir löschen nichts, weil immer wieder stellen wir fest, dass irgendjemand sagt, ja, Kommentar gelöscht oder ich habe auch schon zwei Mails mal bekommen nach dem Motto, ich würde hier zensieren oder irgendwas, nein, wir löschen nichts. Keine Ahnung, wie das passiert, dazu bin ich sowieso zu blöd und mein Regisseur, wir haben es vorher nochmal besprochen, der sagt, keine Ahnung, er löscht auch nichts. Nur völlig unangemessene Kommentare, wie irgendwelche Porno-Kommentare oder sonst irgendwas, irgendwas, was sich nur noch in Beleidigungen und Fäkalsprache ergeht. Da haben wir den Filter so eingerichtet, aber ich meine, ich kenne jedes Schimpfwort sozusagen aus meiner Schulzeit, ich bin in der Gegend groß geworden, bevor man da einen gerade Satz rausgebracht hat, hat man schon Schimpfworte gelernt gehabt, also von daher, da kann man mir eh nichts mehr beibringen. Das nur am Rande. So, jetzt aber dem eigentlichen Thema. Wir haben eine Frage, da hieß, da heißt es, FAQ, Bundesgesundheitsministerium vom 21.03.2022 nachlesen, wer krank ist im Mutterschutz oder Elternzeit ist ausgenommen. Das ist so nicht richtig. Also, es ist natürlich klar, wenn jetzt jemand Mann oder Frau Elternzeit beantragt und Elternzeit auch bekommen hat und bis zum 31.12.2022 sich in Elternzeit befindet, derjenige, Schrägstrich diejenige ist natürlich raus. Das ist klar. Da muss man dem Gesundheitsamt einfach mitteilen, hier, ich bin in vollständiger Elternzeit, ich übe auch keine Teilzeittätigkeit bei meinem Arbeitgeber während der Elternzeit aus und da muss man halt zwei Nachweise belegen, nämlich dann Elternzeitantrag und gegebenenfalls auch den Eltern Geldbescheid und dann ist das Thema durch. Beim Mutterschutz sieht es natürlich schon anders aus. Der Mutterschutz endet, je nachdem, ob ein Einführungszeichen, bitte verstanden, einfache Geburt, also nur ein Kind oder Zwillingsgeburt oder Mehrlinggeburt, aber regelmäßig natürlich acht Wochen nach der Entbindung. So, und deswegen schützt es mich natürlich nicht, wenn ich sage, ja, ich bin im Mutterschutz und voraussichtlich wird mein Kind geboren am, gegriffen jetzt, 1.5.2022 und dann habe ich noch Mutterschutz, also rechnen wir es einfach, kann ich es gut rechnen, Juni und Juli, dann habe ich immer wieder ab dem 1.8. und ich habe immer noch August, September, Oktober, November, Dezember, fünf Monate, bei der die einrichtungsbezogene Impfpflicht, jetzt rede ich auch schon aus dem Müll, bei der dieses Betretungsverbot theoretisch möglich ist. Also das allein genügt nicht und Krankheit natürlich per se auch nicht. Wenn ich natürlich eine Erkrankung habe, die so schwerwiegend ist, dass ich wahrscheinlich Monate ausfalle oder mein Beispiel, das ich gemacht habe, habe vorher auch ein Telefonat geführt mit einer Betroffenen, wenn ich natürlich mir Sprunggelenk operieren lassen muss und mein Arzt mir schon sagt, naja, also gehe ich mal, gehen Sie mal von sechs Monaten Rekonvaleszenz aus, dann ist das Thema auch durch, aber das muss ich natürlich auch mitteilen. Ich muss mitteilen, meine OP ist gegriffen für der 20. Mai geplant, brauche ich halt auch eine Bestätigung, Aufnahme ins Krankenhaus und dann brauche ich einfach halt irgendeine Info vom Arzt schriftlich, der sagt, na, ab der OP sechs Monate Rekonvaleszenz, dann wird das Gesundheitsamt das auch nicht weiterverfolgen, die haben andere Dinge zu tun. Aber wenn ich halt nur, keine Ahnung, eine Blinddarm-OP hinter mich gebracht habe, bin ich wahrscheinlich nach drei Wochen wieder fit, also ich habe meinen Blinddarm noch, aber ich gehe mal davon aus, dann rettet mich das nicht. Also von daher, aber auch da gilt wieder, und da wiederhole ich mich, aber ich habe heute acht Telefonate, acht Telefonate geführt und muss immer wieder darauf hinweisen, das, was wir hier machen, ist Arbeit. Also ich muss schon konkret am Fall, an meinem Fall argumentieren. Ich muss schon einfach konkret Daten, Fakten und Unterlagen liefern. Und je detaillierter ich bin, umso eher habe ich einfach die Chance, da aus der Nummer rauszukommen. Wenn ich einfach nur schreibe, ja, ich bin krank. Gut, aber was heißt das jetzt? Bin ich krank und arbeitsunfähig oder bin ich nur krank? Und, und, und. Also das dazu. Dann nächste Frage, ich habe am 24.01. meine erste Corona-Impfung und am 28.01. Corona bekommen. Nun bin ich genesen und damit bis zum 28.07. und wie muss ich weiter verfahren? Ich möchte nicht, dass die erste Impfung verfällt, möchte aber eigentlich auch keine weitere Impfung haben. Ja, also eine Impfung und eine Corona-Infektion zählt ja wie zwei Impfungen sozusagen. Das hilft aber natürlich nur bis zum 30.09. Dann endet die Übergangsfrist und ab dem 30.09. respektive ersten Zehnten muss ich geboostert sein. Also das heißt in Ihrem konkreten Fall die zweite Impfung muss da sozusagen rein, weil dann erste Impfung plus die Corona-Infektion ist die Grundimmunisierung plus dann die zweite Impfung wäre dann praktisch der Booster, wie wenn jemand zwei Impfungen hat und sich dann boostern lässt. So, jetzt ist halt natürlich wieder die spannende Frage, wird das Gesundheitsamt am 30.09. tatsächlich reagieren auf der letzten Strecke und dann noch für drei Monate oder zweieinhalb Monate, Sie müssen ja erstmal angehört werden, wieder und so weiter, nochmal tatsächlichen Betretungsverbot aussprechen. Ich wage die Prognose, nein, mein Regisseur, der in der Personalabteilung arbeitet, der sagt, na, ob die das nicht einfach nur aus Trotz dann komplett durchziehen? Fragezeichen. Also zwei Menschen, zwei unterschiedliche Meinungen. Meine hellsäherischen Fähigkeiten halten sich leider in Grenzen, sonst würde ich ja auch Lotto spielen. Ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich kann es natürlich auch nicht ausschließen. Also wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, sollten Sie sich dann die zweite Impfung geben lassen. So, dann die nächste Frage. Vor sechs Tagen, sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Mauritz, Sie empfehlen das Gesundheitsamt um eine Fristverlängerung zu bitten, sollte man nach dem ersten Schreiben vom Gesundheitsamt, worin man aufgefordert ist, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Nachweis vorzulegen, gleich um eine Fristverlängerung bitten. Muss ich sagen, hat sich mittlerweile überholt. Ich habe doch eine Vielzahl von Schreiben der Gesundheitsämter schon jetzt gesehen und so weiter. Und da sind Fristen drin von, sagen wir mal, zwei Wochen bis sogar vier Wochen. Da wird es mit Sicherheit keine Fristverlängerung geben. Und es gibt auch schon mittlerweile Schreiben von Gesundheitsämtern, die schon mitteilen, ne, also Fristverlängerung werden wir nicht gewähren, weil alles so wichtig und so weiter. Also Sie bräuchten dann schon triftige Gründe. Also ein triftiger Grund dürfte sein, ich habe jetzt ein Telefonat gehabt, wo das Schreiben am grünen Donnerstag kam und Fristablauf ist morgen oder übermorgen. Das dürfte vielleicht zu knapp sein, aber dann brauche ich ja für meine Fristverlängerung einen triftigen Grund. Wenn ich sage, ich habe einen Termin beim Anwalt, ich will mich da beraten lassen, ich habe einen Termin beim Anwalt erst, keine Ahnung, dann 25. in meinem Fall, dann mag das funktionieren. Wenn es aber nur darum geht, dass ich halt jetzt eine Fristverlängerung will, dann wird die Behörde natürlich sagen, warum? Was ändert sich? Du hast ja deine Daten, du hast deine Fakten, du weißt ja, was du schreiben willst, also tue es auch. Nur für mich selber werde ich keine Fristverlängerung bekommen. Dann heißt es hier, also nächste Frage, ich bin zweimal mit Novavax geimpft, allerdings ist Novavax noch nicht als Booster beantragt und natürlich auch noch nicht als solcher zugelassen. Der Booster ist ja Pflicht. So, also der Booster ist Pflicht ab dem 1.10. und ab dem 1.10. stelle ich mir natürlich wieder die Frage, wird das Gesundheitsamt da tatsächlich durchziehen? Ich wage es zu bezweifeln, wie gesagt, mein Rösser ist da anderer Auffassung. Erstens, zweitens aber, das ist noch ein bisschen eine andere Situation. Denn Sie können ja jetzt letztendlich nichts dafür, dass Novavax noch nicht zugelassen ist. Da wäre natürlich die spannende Frage rauszubekommen, ob Novavax beantragt hat, sozusagen als Booster zugelassen zu werden. Wenn das der Fall wäre und die Behörde wäre aber noch nicht dazugekommen oder hätte es noch nicht zugelassen, dann können Sie da nichts dafür. Dann würde ich mich locker auf den Standpunkt stellen und sagen, hallo, der Antrag ist gestellt, ich lasse mich jederzeit mit Novavax impfen. Wenn ihr nicht in die Pötte kommt, ist es nicht meine Baustelle. Der Novavax-Impfstoff wurde ja ausdrücklich als der Impfstoff propagiert, der all diejenigen beruhigen soll, ich nenne es mal so, die mit mRNA-Impfstoffen sich nicht impfen lassen wollen. Also da ist der Staat in der Pflicht. Und wenn noch kein Antrag gestellt worden ist, würde ich es trotzdem über diese Schiene versuchen, dass ich sage, hier, man sieht, ich bin zweimal geimpft, ich lasse mich auch ein drittes Mal mit Novavax impfen. Und bei der Ermessensentscheidung der Behörde ist das einfach mit zu berücksichtigen. Es gibt da mittlerweile, ich zitiere ja immer ganz gern Aufsätze, es gibt mittlerweile einen Aufsatz, dass Berneid die sogenannte, Anführungszeichen, einrichtungsbezogene Impfpflicht, Anführungszeichen, des § 20a IFSG als weitere Herausforderung für die Gesundheitsämter, total spannend, erschienen im CH-Beck-Verlag COVUR 2022, Seite 135. Und der, in diesem Aufsatz ist nochmal ausdrücklich drin, dass es keine Ermessensreduzierung auf Null gibt, sondern dass eine umfangreiche und umfassende Ermessensabwägung zu erfolgen hat. Und das ist mit zu berücksichtigen. Und deswegen glaube ich da schon, dass man da gute Chancen hat, aus der Nummer rauszukommen, also dass man nicht gezwungen werden kann, um das Betretungsverbot zu umgehen, sich mit irgendwas anderem impfen zu lassen. Sie haben ja schon gezeigt, dass sie sich mit Novavax impfen lassen. Sie wären ja ein drittes Mal bereit, sich mit Novavax impfen zu lassen. Und wir müssen ja immer im Hinterkopf behalten. Am 31.12.2022 ist Schluss. Also von daher, ach jetzt komme ich mit meinen Zetteln durcheinander. Was haben wir noch? Ja, wir haben noch eine Frage. Folgende wichtige Frage. Ich bin als Heilpraktikerin verpflichtet, bin ich als Heilpraktikerin verpflichtet, mich nach Ablauf von 90 Tagen, Zertifikat geht über 180 Tage, selbst beim Gesundheitsamt anzuzeigen, wenn ich keine Impfung habe. Ja. Also wenn ich, ich nenne es jetzt mal Solo-Selbstständiger bin, neues Wort, und bin nicht geimpft und auch gelte nicht mehr als genesen, dann bin ich tatsächlich verpflichtet, mich selber beim Gesundheitsamt zu melden. Das ist auch in diesen FAQs des Gesundheitsministers oder im Bundesgesundheitsministerium vom 21.3.2022 ausdrückt. Wirklich so geregelt. Und zum Thema Zertifikat 90 Tage, 180 Tage. Ja, die alten Zertifikate laufen noch über 180 Tage. Aber da hat der Gesetzgeber ja mit einer gesetzlichen Neuregelung einen Pflock reingerammt. Also genesen bin ich einfach nur noch 90 Tage. Punkt. Komme ich nicht, komme ich nicht drum rum. Also die Antwort ist klares Ja, dass man sich da selber melden machen muss. So. Jetzt muss ich geschwind durchgucken. Hab ich noch? Nein. Damit sind die Fragen, die jetzt wieder gestellt worden sind, also die vernünftigen Fragen, ich nenne es jetzt mal so, sind alle beantwortet. Dann nochmal kurz was anderes. Also mittlerweile habe ich mal wieder etwas Impfen nur über meine Leiche. Eine Verbrecherband ist kein gültiger Gesetzgeber. Wir lassen uns nicht länger von der Mafia verarschen. Wann werden die Impfmörder und Pandemiebetrüger endlich verhaftet? Hm. Ich weiß nicht. Müsste man wahrscheinlich warten, bis Donald Trump wieder Präsident wird. Aber das wird er halt nicht in der Bundesrepublik Deutschland, weil es müsste ein deutscher Staatsbürger sein. Und wenn jetzt wirklich alle bei der Mafia wären im Bundestag, bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Kommentar lange im Netz wäre. Aber hm. Dann das andere wäre irgendjemand. Ach da unten. Berufsverbote gab es zuletzt unter der SPD, KPD Westzwecks RAF Terroristenbekämpfung vor. Und dann falsche Parteiunterstützung von den Gerichten. Berufsverboten sanktioniert. 30 Jahre neodeutsche SED per Gentherapieverordnung mit der gleichen Berufsverbotsanweisung. An die wird das Gesundheitssystem à la Stalin gesäubert. Also, muss ich wieder sagen, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich lebe ja in Baden-Württemberg und ich bin schwäbischer Patriot. Und wer unser Land, also die Bundesrepublik, aber auch Baden-Württemberg mit der UDSSR unter Stalin vergleicht, der ist einfach nur dämlich. Aber um kein nichts anderes zu sagen. Und zu Ihren, wie soll ich sagen, zu... Ich unterstelle einfach mal, dass sie so schlechte Geschichtslehrer hatten, dass irgendwie das Thema Nationalsozialismus und Stalinismus, dass das übersprungen worden ist und dass man das in der Schule bei ihnen gar nicht gelehrt hat. Weil so ein Schaufscheiß kann man eigentlich nicht rausschwätzen und nicht schreiben, wenn es einen Geschichtsunterricht gegeben hätte. Und da empfehle ich einfach mal Alexander Solzhenitsin zu lesen, das System Gulag oder so ähnlich heißt, sein Buch. Das ist ganz, ganz toll. Da geben einem vielleicht ein paar Lichter dann auf. Aber das nur wieder eine persönliche Bemerkung von mir. In den allermeisten Fällen sage ich ja schon nichts mehr auf Anweisung von meinem Regisseur. Aber wenn ich halt so einen Müll lese, dann muss ich einfach was sagen. Aber das geht gar nicht. So. Ansonsten haben wir, wie gesagt, alle sachlichen, seriösen Fragen beantwortet. Wenn Sie Fragen haben, einfach einstellen. Sie sehen ja unten eingeblendete Telekommunikationsdaten. Also entweder bei YouTube. Wir beantworten es. Wir gucken schon immer, dass wir so eine Woche, acht Tage, dass wir es da beantworten können. Ansonsten, ich beantworte auch Fragen natürlich so. Also wenn es irgendwas gibt, sich einfach melden. Ansonsten hoffe ich jetzt einfach, dass Sie schöne Ostern hatten. Genießen Sie das schöne Wetter trotz allem. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Vielen Dank und Tschüss. Musik 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 Musik